Moin, mein Name ist Hannes und ich bin Landwirt in MV. Zusammen mit drei Mitarbeitern bewirtschafte ich 950 Hektar und betreibe eine Biogasanlage mit 600 kW. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinen Vlogs und Willkommen in meiner Welt. Moin Leute, wir wollen heute eigentlich mit unserem zweiten Schnitt im Moorgrünland starten. Aber es hat gerade geregnet. Bis dahin schaffen wir erstmal ein bisschen Platz auf die Silo-Platte. Da hinten müssen wir nämlich Platz für den zweiten Schnitt schaffen und den füttern wir erstmal. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. 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 So, wir haben jetzt 21.30 Uhr, ich bin jetzt fertig, habe ungefähr 90 Hektar gemäht. Futter sieht sehr gut aus, wir sind hier 9 Meter direkt aufgeschwadert mit dem Bandmähwerk. Ich denke, der Ertrag ist irgendwo oberhalb von 10 Tonnen auf dem Hektar, also eine super Qualität und morgen früh um 7 Uhr werden wir anfangen zu häckseln, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in den Kommentaren und lasst mir ein Abo da, ich würde mich tierisch drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal oder live auf Twitch, bis dann, tschau tschau. Bis zum nächsten Mal.